Und zwar machen wir jetzt einmal zunächst den Sumbrada Five Count, also Lock und Contra zur Wiederholung und dann verbinden wir den mit einer Bewegung, einem Figure Eight in der langen Distanz, um dann den Übergang von der langen in die mittlere Distanz zu gestalten. Also zum Sumbrada Five Count, Lock auf Schlag 1, dann mache ich Schlag 4, Lock auf den Stich, 5, aber Nico zum Kopf, Rooflock gegen Schlag von oben. Das Rollentausch, Schlag 1, Block auf Schlag 4, Stich in die Mitte, Shoulderblock gegen den aber Nico und Schlag 6. Okay, dann geht es wieder von vorne los. Das sind insgesamt fünf Lock und Contra, fünf Kombinationen, die immer im Wechsel ausgeführt werden. Und weil beide Seiten, die jeweils einmal machen, bis wir wieder am Anfang sind, haben wir insgesamt einen Ten Count, also ein Zehner, ein Zehner Drill. Drill besteht aus zehn Aktionen. Ich zähle jetzt einfach mal die einzelnen Aktionen. Also ich habe nur eins, zwei, drei, vier, fünf, jetzt sind wir bei der Hälfte, dann kommt sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wieder von vorne, eins, zwei, drei, aber Nico, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, interaktiver Teil. Ich werde jetzt mit Schlag 1 angreifen und den Drill dann entsprechend fortlaufen lassen. Also ich fange jetzt mit der anderen Seite an und ihr beginnt mit dem Block auf Schlag 1. Also ihr macht den Inside Sweep Block, wenn ich mit der 1 angreife. Also 1, dann kommt eure 4, 2, Cross Block, 3, aber Nico, 4, Roof Block, 5, Schlag 1, 6, Drop Stick, 7, Stich, 8, Shoulder Block, 9, Schlag 6, 10. Und wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, wart ihr alle noch mit dabei? War das Tempo okay? War das Tempo langsam? Oder war das Tempo zu schnell? Ich denke, passt. Oder? Schaffen. So, jetzt machen wir einen Teil dem Lagomano dazu. Und zwar machen wir eigentlich eine Figure Eight. Eins, zwei, drei, vier. Wir machen die Figure Eight zweimal, dann haben wir eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Also im Grunde machen wir ein X auf einem hohen Level. Schlag eins und Schlag zwei. Dann nochmal Schlag eins und Schlag zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ein einfacher Figure Eight. Wenn wir wechseln möchten in Distanz zum Radar, nehmen wir den letzten Schlag und ersetzen den letzten Schlag mit einem Roof Block. Und um die Distanz zu überbrücken, machen wir einen Step nach vorne. Wenn ich es jetzt direkt beim ersten Mal mache, dann schlage ich vier, ersetze ich den Schlag durch den Roof Block. Das sieht so aus. Also ich habe eins, zwei, drei, vier. Jetzt nach vorne und nach Stellschritt. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt startet der Drill mit Schlag eins. Dropstick, Stich zur Mitte, Shoulder Block, Schlag sechs, Inside Sweep Block, Schlag vier, Cross Block, Abanico und Roof Block. Nach dem Roof Block gehe ich wieder ein Stück raus, also Step und nachziehen und mache wieder meine Figure Eight. Okay. Einmal in der Richtung. Also starte mit Figure Eight. Ich mache die Figure Eight jetzt einmal komplett und beim zweiten Mal steige ich beim letzten Schlag anstelle des Schlags vier mit dem Roof Block ein. Also ich mache die Figure Eight. Eins, zwei, drei, vier. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Roof Block, Roof Block vier. Jetzt bin ich in der Distanz, in der mittleren Distanz zum Partner. Ich starte mit Schlag eins, Dropstick, Stich, Shoulder Block, Schlag sechs, Inside Sweep Block vier, Cross Block, Abanico und Roof Block. Ich mache jetzt Step raus, mache wieder eins, zwei, drei, vier. Meine Figure Eight. Dann machen wir das jetzt als Flow. Das heißt, aus der langen Distanz wechseln in die mittlere Distanz. Das ist dann jetzt zum Radar Drill. Die machen wir einmal. Dann wieder wechseln raus in die lange Distanz, zurück zum Figure Eight. Start mit Figure Eight. Zwei, drei, vier. Und noch einmal. Eins, zwei, drei. Roof Block vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Raus. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Roof Block. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und raus. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei. Roof Block. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Raus. Eins, zwei, drei, vier. Es gibt noch eine kleine Variante, wie ich die Distanz von mittlerer Distanz in lange Distanz überbrücken kann. Das ist, ich mache eigentlich zwei Schritte. Ich mache einen Kreuzschritt und setze das Bein dann weiter zurück. Das heißt, ich bin rechts vorne und mache nach meinem Roof Block einen Kreuzschritt zum Schlag eins von meinem Figure Eight. Ich mache dann noch einen Schritt zum Schlag zwei von meiner Figure Eight. Drei und vier sind dann in der Distanz. Und dann wieder eins, zwei, drei, Roof Block. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kreuzen. Zweiter Schritt. Figure Eight läuft weiter. Dann eins, zwei, drei, Roof Block. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kreuzschritt. Schritt. Figure Eight läuft weiter. Und eins, zwei, drei, Roof Block. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kreuzen. Zweiter Schritt. Figure Eight läuft weiter. Und jetzt eins, zwei, drei, Roof Block. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, Roof Block. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Rückkreuzen. Noch einen Schritt. Figure Eight läuft weiter. Und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, und so weiter. Okay.